Wie viel Restprofil sollte ein Reifen haben? Gesetzlich 1,6 mm ist natürlich für den realen Gebrauch dieser Wert nicht zu gebrauchen. Mit einem Winterreifen zu fahren, der 1,6 mm hat, das brauchen wir beim besten Willen nicht versuchen. Für einen guten Winterreifen, der noch vernünftig den Wagen in der Spur hält, sollte die Profiltiefe nicht unter 4 mm gehen. Bei diesen neuen Reifen hier liegt die Profiltiefe bei 8 mm. Es gibt Winterreifen da draußen für spezielle Skigebiete, die hoch bis 18 mm Profiltiefe gehen. Aber die 1,6 mm Grenze, die der Gesetzgeber vorschreibt, rate ich von ab. Da ist kein sicheres Fahren mehr mit gewährleistet.